Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Heute Diashow zu dieser wunderschönen Baumart. Es handelt sich hier um Abies Grandes. Wie der Name schon vermuten lässt, Grandes wird das Ding wohl irgendwie groß sein. Und Abies ist eine Tanne. Und zwar eine echte Tanne. Nicht irgendeine Hemlock-Tanne oder eine Pseudo-Tanne oder sonst irgendwas, sondern wirklich eine Tanne-Tanne. Ist also durchaus sehr nah direkt verwandt mit unserer heimischen Tanne. Wir haben ja nur die eine, Abies Alba, die Weißtanne. Und ja, stammt wie die Douglasie quasi von nebenan aus zum Beispiel Kalifornien. Ich brenne euch aber nachher auch nochmal eine Verbreitungskarte ein. Ist einer der potenteren Zukunftsbäume möglicherweise für die Forstnutzung in Deutschland. Und da sie quasi normalerweise neben der Douglasie wächst und mit der gerne Mischbestände bildet, könnte man ja darüber nachdenken, ob wir unsere Douglasie, die wir ja auch schon länger in Deutschland anbauen, vielleicht noch um die Küstentanne bzw. die Abies Grandes ergänzen wollen. Anbauversuche gibt es in Deutschland inzwischen auch ein paar. Dazu muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen noch ausholen. Also grundsätzlich ist es bei fremdländischen Baumarten ja so, dass man die nicht einfach von irgendwo einsammeln kann. Sich denken kann, ach das wird schon wachsen, die pflanzen wir jetzt überall hin. Und dann wächst sie halt nicht. Dann hat man auch einen riesen Schaden verursacht bzw. einfach Zeit und Fläche verschwendet, auf der Alternativ auch hätte was Vernünftiges wachsen können. Deswegen fängt man mit fremdländischen Baumarten, oder schlimmsten Fall, sie wird invasiv, das darf man auch nicht vergessen. Deshalb fängt man mit fremdländischen Baumarten immer damit an, dass man erstmal eine kleine Versuchsanbaufläche macht, da ein paar von den Dingern auspflanzt, im kontrollierten Umfeld, wo man es auch sofort wieder umschneiden kann, sollte da irgendwas schief laufen. Und mal guckst, wie das wächst. Da der Erkenntnisgewinn, wenn man das nur ein einziges Mal an einer einzigen Stelle in Deutschland machen würde, relativ gering ist, macht man natürlich ein paar solcher Versuchsflächen. Ja, und dadurch, durch diese Versuchsflächen, hat man zum Beispiel damals bei der Douglasie herausgefunden, dass die sehr, sehr gut wächst. Und weshalb die dann auch langsam jetzt in die Massenvermehrung sozusagen, Massen in Anführungszeichen, also vor zehn Jahren gab es noch 1% Douglasie, 1% Baumartenanteil in Deutschland. Von so einer riesigen Masse brauchen wir da jetzt also auch nicht ausgehen. Das mag inzwischen ein bisschen mehr sein. Ich warte noch auf die aktuellen Zahlen, die kommen hoffentlich bald raus. Also wirklich bald im Sinne von ein paar Monaten. Gut, wie auch immer jedenfalls ist die Küstentanne momentan bei weitem nicht mal ansatzweise mit einem Prozent vertreten, sondern wirklich nur ganz vereinzelt. Die Versuchsanbauten über das Stadium sind wir auch hinaus. Sie wird inzwischen also hier und da auch im größeren Stil angebaut und zeigt dann auch durchaus gute Wuchsleistungen. Allerdings hat sie ein paar Problemchen, die sie möglicherweise mitbringen könnte. Und das macht sie dann halt doch nicht zum rundum sorglos super toll Baum, an der sie hin und wieder auch gerne mal dargestellt wird. Potenziell ist aber wirklich die Wuchsleistung gigantisch und ja, da kriegt man dann schon mal kleine Dollarzeichen in den Augen beziehungsweise kleine rettete Welt, in dem ihr ganz viel CO2 absorbiert, Zeichen in den Augen. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol sein soll, aber egal. Jedenfalls, beides könnte sie prinzipiell leisten, wenn da eben nicht, wie gesagt, die paar kleinen Härkchen wären, die wir dann auch beachten müssen. Aber erste schöne Sache ist halt einfach, dass man sie mit der Douglasie zusammen in den Mischbestand stellen könnte. Damit hätten wir dann zwar zwei fremdländische Baumarten, die sich aber wiederum gegenseitig kennen. Und so würden wir dann peu à peu ein zusätzliches Ökosystem, so die Theorie, in dem deutschen Wald bekommen, was halt eben aus einem zusätzlichen neuen Waldtyp besteht, nämlich genau dem Douglasien-Riesentannenwald sozusagen, den man ja aus Kalifornien auch kennt. Da gibt es ja genau dieses Ökosystem und wir würden dieses Ökosystem dann sozusagen zu uns einfach importieren, aber eben nicht als eine einzige Pflanze, sondern gleich als zwei, die den gesamten Waldbestand prägen und damit dann wirklich peu à peu, das dauert 100 Jahre Minimum, aber dann ein eigenes Waldökosystem mit eigens angepassten Arten peu à peu sich immer mehr herausbildet und wir dann nach und nach tatsächlich ein neues, ja im Grunde importiertes, aber doch dann auch irgendwo natürliches Waldökosystem bekommen könnten. Das ist so eine der interessanteren Ideen, wie ich finde, was man mit der Riesentanne anstellen kann. Nochmal Faktor Zeit, naja, niemand von uns erlebt das noch, dass das jemals gang und gäbe sein wird, aber potenziell wäre das halt was für die Urenkel, so in die Richtung, dass die sich dann da dran freuen können. Ja, und hier haben wir dann auch mal das natürliche Herkunftsgebiet der Baumart. Dankenswerterweise habe ich diese praktische Karte hier gefunden. Es handelt sich also, wie man gerade vor allen Dingen im Südwesten sehen kann, um einen dünnen Streifen entlang der Küste. Drum heißt sie auch Küstentanne. Sie braucht Küstenklima, also eine deutliche Prägung des Pazifik, der daneben dran liegt und dessen Einfluss auf das lokale Klima. Bedeutet, der Pazifik schwächt den Winter ab. Der Winter wird nicht sehr kalt. Der Pazifik schwächt aber auch den Sommer ab. Der Sommer wird nicht super heiß, zumindest nicht so häufig, kommt auch schon auch vor. Wie wir wissen, brennt es da ja ganz gerne mal. Aber es wird insgesamt etwas abgeschwächt und der Pazifik sorgt für relativ ausgeglichene, relativ regelmäßige Niederschläge und wenn Niederschläge, dann gleich mal viele. Das ist also eigentlich eine Baumart der hohen Niederschlagszone, aber es gibt ja auch noch die Inlandsherkunft, räumlich deutlich getrennt von der offiziellen Küstenherkunft, die mit deutlich weniger Niederschlägen auskommt. Aber auch diese Herkünfte, die liegen da auf dem Berg. Also da ist ein Gebirge und dieses Gebirge wiederum ist so hoch, dass die Wolken, die vom Pazifik aufsteigen und dann ins Landesinnere der US und Aar getrieben werden, dann da wieder abregnen können an diesem Gebirge und wir haben dann wieder ein nach innen versetztes, zumindest leichtes, abgemildeteres Küstenklima. Ja und daraus können wir jetzt schließen, dass wir in Deutschland vermutlich den Baum auch dahin pflanzen sollten, wo er ein Klima vorfindet, was er von zu Hause kennt, nämlich ein Küstenklima und das bedeutet in die Westhälfte von Deutschland. Wenn wir also mal in der Mitte einen Strich durchziehen, völlig egal welches Bundesland da jeweils zuständig ist, dann haben wir auf der Westhälfte tendenziell gute Anbaubedingungen für die Küstentanne und auf der Osthälfte tendenziell eher nicht so gute Anbaubedingungen für die Küstentanne, einfach wegen Abstand zum Meer. So simpel ist es, ne? Nichts mit Politik zu tun, sondern ist einfach Natur, mit der kann man nicht verhandeln. Gut, wir seht inzwischen hier mal ein wunderbares Einzelexemplar, insbesondere die große in der Mitte ist natürlich sehr schön und so lässt sich die Küstentanne auch prima planterartig in verschiedene Waldbilder integrieren. Das ist eine der sehr guten Eigenschaften der Baumart. Sie ist schattertragend. Wir haben wenig fremdländische Baumarten, die so richtig schön schattertragend sind und sich daher in einen gemischten, strukturreichen Mischbestand mit vielen unterschiedlichen Baumhöhen und Baumaltern und Baumdicken eher schwierig integrieren lassen. Die meisten fremdländischen Baumarten. Die Küstentanne nicht. Bei der geht das sehr, sehr gut. Geht auch nochmal einen Tecken besser als mit der Douglasie und das wäre jetzt zum Beispiel ein großer Vorteil, den sie gegenüber der Douglasie hätte. Die große Schattertrag-Fähigkeit. Der Baum ist zusätzlich zur Tatsache, dass er sehr schnell wächst, aber dazu kommen wir noch, sehr, sehr vollholzig. Das ist ein Fachbegriff, den muss ich kurz erklären. Also es gibt abholzig und vollholzig. Abholzig heißt, der Baum von seiner Struktur, von ganz unten am breitesten, also wo aus dem Boden rauskommt sozusagen, bis zur Spitze, die logischerweise spitz ist und rätischmal, bildet der Baum ja immer einen Kegel. Also die geometrische Figur dazu ist Kegel. Und je nachdem, wie spitz oder wie schnell dieser Kegel jetzt spitzer wird, spricht man von abholzig, wenn der Baum sehr schnell dünn wird und schnell zur Spitze hin zu einem kleinen dünnen Zahnstocher sozusagen wird. Und das ist schlecht, weil dann hat er für die Höhe vergleichsweise wenig Volumen, weil er unten vielleicht noch dick ist, aber nach 10 Metern dann eigentlich schon, um sich gar nicht mehr lohnt, da noch ein Brett raus sägen zu wollen, weil er da schon zu dünn geworden ist. Ja, von unten gesehen, nach 10 Metern, wenn man also quasi hochklettern würde. Und bei der Küstentanne ist das andersrum. Die ist vollholzig, soll heißen, sie wird nur sehr langsam dünner. Die ersten 10 Meter sind also alle verwertbar und sie ist auf Höhe 10 Meter nur ein paar 10 Zentimeter, 20 Zentimeter oder so dünner, als sie es auf Bodenniveau wäre. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Da sind die meisten anderen heimischen Bäume deutlich abholziger, als das eben bei der Küstentanne der Fall ist, wodurch man sehr viel Volumen in den Wald bekommt, weil die Bäume auch in der Höhe dicker sind. Das ist also ein ganz großer, entscheidender Vorteil, den ich hier unbedingt angesprochen haben wollte. Ja, die Küstentanne macht nur selten eine Krone, wie wir sie hier sehen können. Das ist so ein bisschen Storchennestartig. Das heißt, oben verfranst die Krone, verliert ein bisschen Nadeln und wird so ein bisschen struppig. Das ist eigentlich ein typisches Charakteristikum von unserer heimischen Weißtanne, bei der Küstentanne nur sehr selten zu beobachten. Meistens sieht sie so aus wie auf dem Bild davor. Das kommt übrigens nachher auch nochmal. Alle Bilder laufen hier durch. Ich habe zu wenig Bilder und zu viel zu erzählen. Und da kann man aber dann schon auch ganz schön erkennen, wenn es sich offensichtlich um eine Tanne handelt von den Nadeln her. Die Tanne aber, wenn man Ferndiagnose machen kann, in die Krone hochgucken kann, spitz zuläuft, dann wäre das ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, um festzustellen, dass es sich möglicherweise um die Riesentanne handelt. Rein die Größe des Baums reicht da nicht aus. Ja, anderes Thema. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen einen Jahrringenverlauf. Und die Jahrringe sind zum Teil, gerade hier so oben links oder unten, unten im unteren Bereich der Stammscheibe, sind die Jahrringe sehr, sehr breit. Und das ist auch wieder so ein Punkt, das will man eigentlich nicht haben. Das Holz ist eher weich und hat eine geringe Rohdichte. Und damit sollten die Jahrringe nicht zu breit werden, wenn man mit dem Holz noch zum Beispiel bauen möchte. Ja, wenn man da nur Papier draus machen will, dann ist das egal, dann passt das auch so, dann kann der Baum so schnell wachsen, wie er lustig ist. Aber die Stabilität des Holzes leidet dann doch, wenn man ihn zu schnell wachsen lässt und zu ungleichmäßig, wenn die Jahrringstruktur also ungleichmäßig verteilt ist. Wir haben also einen dünnen, einen dicken, einen dünnen, einen dicken. Das ist sehr schlecht für die statischen Eigenschaften vom Holz. Und besser wäre jedes Jahr gleich dicke Jahrringe, eine schön gleichmäßige Verteilung gibt die optimalen Holzeigenschaften. und das homogenste Verhalten auch, wenn dann mal Druck oder Zug oder eine Biegebelastung auf das Holz ausgeübt wird. Und da ist die Tanne, die Edeltanne, Quatsch, Riesentanne, ja, ist okay, aber man muss schon ein bisschen auf sie aufpassen, dass sich eben dieser ein solcher Jahrringverlauf wie hier nach Möglichkeit eben nicht herausbildet. Das ist keine Vollkatastrophe, aber besonders toll ist das ja auch nicht. Gut, aber soviel jetzt erstmal und dann kommen wir nochmal ein paar Bilder zurück und reden nochmal generell über die Bestimmung von dem Ding. Ja, das einfachste Bestimmungsmerkmal kann man hier an unserem Startbild wunderbar erkennen. Es sind schlicht die Nadeln. Die haben, das ist die Nadelrückseite, was wir hier sehen können, also nicht die Seite, auf die das Licht fällt, sondern die Unterseite, wo das Licht eben nicht hinkommt, haben zwei ausgeprägte weiße Stomata-Streifen. Das sind diese weißen Streifen. Das ist bei allen Tannen so. Jede Tanne hat ausgeprägte Stomata-Streifen, das haben sie alle gemeinsam. Und wer genau hinguckt, kann im oberen Bereich des Zweiges erkennen, dass die einzelnen Nadeln wie mit einem kleinen Saugnapf an ihrem Zweig festgemacht sind. Auch das ist ein wesentliches Bestimmungsmerkmal für alle Tannen. Und damit handelt es sich hier also wirklich um eine absolut echte Tanne, wunderbar zu verwechseln mit jeder anderen Tanne auf dem Planeten. Nein, nicht ganz, nicht mit jeder Tanne, aber mit vielen anderen. Man könnte sie zum Beispiel rein von den Nadeln her super mit der Nordmann-Tanne oder mit unserer heimischen Weißtanne verwechseln. Das ist ziemlich schwierig, das jetzt von diesem Bild allein so hinzukriegen. Aber jetzt hat die Edeltanne bzw. Riesentanne eben schon nochmal eine Besonderheit, nämlich es wechseln sich fast regelmäßig, nicht ganz, man müsste die Nadeln jetzt noch schön kämmen, damit das passt. Die sind hier etwas unordentlich, aber es wechseln sich meistens eine eher sehr kurze und eine im Verhältnis dazu sehr lange Nadel wechseln sich regelmäßig ab. Zumindest werdet ihr recht schnell erkennen, dass es hier Nadeln gibt, die nur halb so lang sind wie die langen Nadeln und eben Nadeln, die doppelt so lang sind wie die kurzen Nadeln, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und dieses Zickzack-Muster der Nadellänge wirklich deutlich, deutlich ausgeprägt. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig deutlich. Das ist meiner Meinung nach ein gutes Bestimmungsmerkmal, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man es hier mit der Edeltanne bzw. Pazif, oh Mann, Abies Grandes halt zu tun hat, ne, Küstentanne, Küstentanne oder Riesentanne. So, ja, 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 und das war es auch schon zur Bestimmung. Kommen wir nochmal ein bisschen auf die Wuchsparameter zu sprechen. Ja, sensationell, vor allen Dingen eben auch der Zuwachs, das ist sehr auf Douglasien-Niveau. Es mag einzelne Fälle geben, wo sogar die Riesentanne ein bisschen besser wächst als die Douglasie, ansonsten häufig auf Douglasien-Niveau. Das ist jetzt so gesehen immer noch nichts, wo man völlig aus dem Häuschen sein müsste, weil die Douglasie noch bessere Wuchsleistungen bei erheblich dichterem Holz schafft. Also muss man schon sagen, Douglasie hat wuchstechnisch doch noch immer weit die Nase vorne, aber normalerweise herrscht eine riesige Lücke zwischen dem Leistungsvermögen der Douglasie und dem Leistungsvermögen von fast allem anderen. Nichts kommt an die Douglasie auch nur ansatzweise ran und mit der Riesentanne hier haben wir dann doch halt endlich mal jemanden gefunden sozusagen, der so ungefähr mit der Douglasie mithalten kann. Und zwar haben wir auf Versuchspartiellen unter optimalen Wachstumsbedingungen, Betonung auf optimale Wachstumsbedingungen in der Praxis hat man die dann halt doch eher selten, im Alter 50 zwischen 700 und 1300 Vorratfestmeter pro Hektar gehabt. Das ist sensationell. Ein normaler deutscher Mischwald sozusagen, der wäre zu diesem Alter dann vielleicht bei 400, 500, maximal 800, wenn es gut läuft. Und wir sind hier also bei Minimum 700 und das ist also wirklich schon sensationell gut. Und Maximum 1300 Vorratsfestmeter in nur 50 Jahren, das ist wirklich eine außerordentlich tolle Wuchsleistung. Nur die Douglasie kann das noch übertreffen oder dann halt super schnell wachsende Bäume, die Schrottholz produzieren wie die Pappel. Die Kat kriegt das auch problemlos hin, die kriegt auch noch viel mehr hin, die Pappel, aber ist nicht praxisrelevant, weil das Holz halt höchstens zu Brennholzzwecken dient. Und dann lohnt sich der Arbeitsaufwand nicht, das in diesem Maß zu pflegen, dass die Pappel solche Zuwächse erreichen kann. Das nur noch mal am Rande angemerkt. Der Durchmesser Gesamtzuwachs liegt damit bei 14 bis 26 Vorratsfestmeter pro Hektar. Und das ist auch, und ja, und das ist auch wirklich, wirklich im ganz, ganz oberen Bereich einzuordnen. 14, das ist noch niedrig, ja. Das schafft auch die normale heimische Tanne zum Beispiel meistens relativ gut. Also unsere einfache Weißtanne. Ist also definitiv nicht schlechter. 14 ist auch so ein okayer Wert für die Fichte beispielsweise. Das heißt, wir können jetzt das Wachstum von der Riesentanne wirklich mit dem der Fichte mindestens gleichsetzen, unter so mittelmäßigen Bedingungen für die Fichte, ja. Werden die Bedingungen für unsere Küstentanne hingegen besser, dann erreichen wir mit bis zu 26 Vorratsfestmetern pro Hektar und Jahr wirklich sensationelle Werte, die sonst eigentlich nur der Douglasie vorbehalten sind. Das ist gigantisch. Das ist wirklich enorm schnell. Nur damit sich jemand unter diesen Zahlen was vorstellen kann. Irgendwo im Bereich Olympia Silber für die deutschen Wachstumsverhältnisse im deutschen Wald. Wirklich, wirklich super. Ja, das Holz hat nur eine Dichte von 0,43 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist jetzt eher so im unteren Drittel der möglichen Holzdichte, die man noch stofflich nutzen kann, ja, zu finden, bedeutet, das wäre ein hervorragendes Papierholz, wirklich ausgezeichnet, dafür geeignet. Es kann aber auch eben als leichtes Bauholz verwendet werden, schon auch für tragende Teile, die aber an der Stelle, wo sie sitzen, eben nicht allzu viel wiegen dürfen. Für solche Anwendungen wäre das dann durchaus ideal und hat halt von den Holzeigenschaften her quasi die gleiche Eigenschaft wie normales Fichtenholz oder wie Tannenholz, also Weißtannenholz, unsere heimische Tanne und wäre von daher etwas, was der Holzmarkt derzeit, derzeit vielleicht gerade nicht so sehr, aber langfristig gesehen wahrscheinlich sehr, sehr gerne sehr viel nachfragen würde. Für Sägewerksbetreiber wäre es toll, wenn sie weiterhin ein vergleichbares Holz zur Fichte hätten, weil sie dann nicht ihre ganze Sägetechnik umbauen müssen und für Holzarchitekten wäre es auch toll, wenn sie all das Wissen, was wir im Bau mit Fichtenholz haben, einfach auf das Tannenholz übertragen können und die Erfahrung im Holzbau dann einfach eins zu eins auch da wieder übertragbar wäre. Einzelne Holzbauteile wird man in jedem Fall später im Holzbau immer brauchen, die für ihre Dicke relativ leicht sind und für ihre Stabilität ein geringes Gewicht haben. Das wird man immer, immer, immer brauchen und je mehr wir mit Holz bauen wollen, je mehr wir auch hohe und große Holzhäuser bauen wollen, das wollen wir hoffentlich und werden es auch müssen, desto wichtiger wird es, dass wir irgendeine Alternative zur Fichte finden mit vergleichbaren Holzeigenschaften. Normalerweise sage ich an der Stelle, ja dann nehmen wir einfach die Tanne, also unsere heimische Tanne, das geht genauso und die ist deutlich zukunftsfähiger als die Fichte, aber vielleicht wäre eben rein aus ökonomischen Gründen, weil hier die Riesentanne deutlich schneller wächst als unsere heimische Tanne, auch die Riesentanne eine ökonomisch sinnvolle Alternative zu unserer heimischen Tanne, definitiv. So, dafür ist das Holz wenig dauerhaft, das heißt man muss es imprägnieren, wenn man es im Außenbereich einsetzen möchte oder man besetzt es halt einfach nicht im Außenbereich ein. Ja, man kann außerdem noch Türen draus machen, Wände, Innenwände, insbesondere Spanplatten, Faserplatten und ist auch ein hervorragendes Brennholz, spricht überhaupt nichts dagegen. Theoretisch auch für Leichtbauteile wie Flugzeuge, leichte Kisten oder Flügel tatsächlich. Zum Beispiel Windkraftanlagenflügel, dann würde man ein bisschen vom Balsaholz wegkommen. Jetzt ist das natürlich noch längst nicht so leicht wie Balsaholz, Balsaholz ist schon um Längen besser, aber vielleicht kriegt man ja irgendwann mal den technologischen Fortschritt so weit hin, dass man auch aus heimisch gewachsenen Holz Windkraftanlagenflügel herstellen könnte. Das würde dann die ohnehin schon sehr, sehr geringe Ressourcenbelastung für den Bau einer Windkraftanlage im Vergleich zu fast allen anderen Energieerzeugungsformen. Ja, es gibt trotzdem noch Ressourcenbedarf, natürlich, nichts ist gratis, aber verglichen mit allem anderen immerhin jetzt schon sehr geringen Bedarf könnte man nochmal reduzieren, indem man eben da auf zum Beispiel Riesentannenholz ausweichen würde. Ist aber technologisch noch nicht möglich, noch. Müsste aber durchaus theoretisch denkbar sein, wenn man sich mal die Meinung der Ingenieure diesbezüglich anhört. Ja, außerdem kann man das Ganze noch als Weihnachtsbaum verhökern, ist ein sehr schöner Weihnachtsbaum, funktioniert prima und ist auch ein hübscher Baum. Davon abgesehen, wenn er so einzeln in der Landschaft dasteht, hat er durchaus landschaftsästhetische Aspekte, die eine größere Rolle spielen könnten. So, und jetzt kommen wir wirklich zum großen Problem, beziehungsweise, nee, doch nicht, ich nenne noch drei, vier Vorteile, nämlich, der ist durchaus gut frosttolerant, man müsste sich also auch keine Sorgen machen, dass er in der Frostereignisse besonders stark zurückfriert. Das einzige, was sein könnte, wären Spätfröste, das mag er nicht so gerne, genau wie unsere heimische Tanne. Die Sturmanfälligkeit ist sehr gering, das heißt, er ist sturmfest. Ganz selten in Fällen wurden mal ein paar umgeschmissen, aber im Großen und Ganzen scheinen sie da wirklich sehr, sehr gut verwurzelt zu sein. Wie alle Tannen bilden sie eine sehr weitreichende Herzwurzel aus und verankern sich deutlich besser als Fichten, typischerweise mit ihrem eher flachen Wurzelsystem. Das zwar für die natürlichen Herkünfte der Fichte eine gute Sache ist, aber wenn man die Fichte halt irgendwo anbauen möchte, dann zum großen Problem führen kann. Allerdings, auch wieder wie jede Tanne, ist sie schneebruchgefährdet, bedeutet zu viel Schnee auf so einem breiten Ast, auf diese breiten Nadeln, die alle wunderbar schön ausgefächert sind, da kann jede Menge Schnee dran hängen bleiben und wenn das nasser Schnee ist, dann kann der ganze Ast dann irgendwann abbrechen durch das schiere Gewicht an Schnee, was an ihm hängen geblieben ist. Das ist also dann eher nicht so toll. Andererseits wird Schneebruch kein Problem sein, was wir in den nächsten Jahrzehnten als überwiegend gravierend einstufen müssen. Das wird es einfach selten geben, dass mal so viel Naschnee runterkommt, dass das ein Problem werden könnte. Und wenn es dann halt doch mal passiert, ist die Katastrophe zwar vorhanden, aber sie ist vergleichsweise klein. Das ist also überschaubar, das Risiko. Und ganz, ganz wichtig für eine fremdländische Baumart, wir haben kein Invasivitätspotenzial. Also wenn die überhaupt invasiv werden könnte, dann nur unter ganz besonderen, sehr seltenen Bedingungen. Wenn man das dann feststellt, dann schneidet man sie da einfach wieder weg und dann ist sie auch schon wieder weg. Also das Risiko für Invasivität ist wirklich definitiv als sehr gering zu bezeichnen und damit ist sie durchaus in Deutschland im größeren Stil anbaufähig, ohne Angst haben zu müssen, dass wir sie nie wieder loswerden. Ganz wesentlicher Punkt. Okay, aber jetzt dann wirklich zu den offensichtlichen Nachteilen, nämlich das Problem ist, dass sie mit unserer heimischen Tanne, unserer Weißtanne, so sehr verwandt ist, dass die meisten Schädlinge unserer Weißtanne, an die sich unsere Weißtanne über Jahrtausende anpassen konnte, auch Gefallen an der Riesentanne finden. Und die Riesentanne kennt diese ganzen Schädlinge so gut wie gar nicht und ist daher in der Abwehr der entsprechenden Schädlinge erheblich eingeschränkt. Was sie anfällig macht gegen insbesondere einen der häufigsten Pilze, die wir überhaupt haben, gerade einen Wurzelfäuleerreger, der wirklich fast überall vorkommt, oder den Halimasch. Halimasch hat man vielleicht schon mal gehört, insbesondere eine hohe Anfälligkeit gegenüber dem honiggelben Halimasch, Amilaria melea oder theoretisch auch noch den Wurzelschwamm, das ist auch so ein ganz häufiger Pilz oder jeden anderen Halimasch. Also komplette, die ganze Reihe der ganzen Halimasche und das sind einige. Das ist mit wirklich der häufigste Wurzelfäulerreger, den wir in Deutschland haben. Es wird kaum einen Bestand, wenn man die jetzt überall hinpflanzen würde, die Riesentanne, dann gäbe es kaum einen Bestand, der vom Halimasch so richtig, richtig sicher ist. Bedeutet die wunderbaren Wuchseigenschaften, dass das Ding mit 50 Jahren bereits eine ordentliche Größe und ein ordentliche nutzbares Potenzial an Holz geliefert hat, würde dann heißen, dass das Risiko, wenn sie älter wird, immer größer wird, dass sie vom Pilz gefressen wird, dass man sie auch fast mit 50, 60, 70 Jahren spätestens umschneiden muss. Und das ist schade, weil man könnte sie theoretisch deutlich länger wachsen lassen, sie würde dann noch weiter gut wachsen und bis mindestens 100 Jahre wäre es eigentlich ertragreich. Du würdest einen riesigen Baum nach 100 Jahren umschneiden können mit jede Menge Holz, super effektiv, große Ressourcennutzungseffizienz sozusagen, aber die Chance, dass er so lange lebt, ist halt eher gering. Und neben den diversen Pilzen, die da wirklich große verheerende Schäden verursachen können, sind gestresste Bäume auch noch anfällig gegen die Tannenschütte. Tannenschütte ist sicherlich eine der häufigsten Erkrankungen unserer heimischen Weißtanne und das ist jetzt deswegen doof, weil wenn man jetzt die Küstentanne mit der Weißtanne kombiniert, soll heißen, man stellt irgendwo im Schwarzwald eine Küstentanne auf. Da gibt es auch immer Weißtanne. Dann wird das von vorhanden sein, der Tannenschütte an der Weißtanne, ein bisschen Tannenschütte haben die immer, die meisten überleben das gut und das macht denen nichts aus. Erst wenn es zu viel wird, wird es ein Problem. Aber dass die einfach schon an Ort und Stelle vorhanden ist, macht quasi die Riesentanne im Schwarzwald so im großen Anbaurisiko eben wegen der Übertragung der Tannenschütte Rizosphära calcophii übrigens auf die Abies Grandes. Und das ist dann wirklich, ja, wirklich böse mitunter. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, noch befindet sich die Riesentanne in der Experimentalphase. Wir haben also noch nicht so viel davon angepflanzt, dass wir die Risiken voll und ganz einschätzen können, wie schlimm das eigentlich ist. Wir wissen mit Sicherheit, dass diese Risiken, wie gerade geschildert, so bestehen. Ob das dann wirklich zur Katastrophe führt, würde man viel Riesentanne anbauen oder das können wir nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Theoretisch wäre auch eine Möglichkeit, man baut jetzt einfach mal viel Riesentanne an, guckt, wie viele davon sterben und mit denen, die übrig geblieben sind, hat man dann wieder in der nächsten Generation deutlich resistentere Riesentannen, die schon ein bisschen an den deutschen Standort im Vergleich zum kalifornischen angepasst sind und ein viel größeres Potenzial, damit hätten das dann auch zu überstehen. Und das ist jetzt halt natürlich was, wo man, wenn man sich einen Wunsch wünschen könnte, hätten wir vor 300 Jahren schon angefangen mit dem Anbau der Riesentanne und hätten da schon Erkenntnisse rausgezogen, dann hätten wir jetzt schon resistente Exemplare der Riesentanne, die sich für den deutschen Anbau deutlich besser eignen würden. Aber blöderweise, ja, das wusste damals keiner, beziehungsweise bei der Douglasie ist ja der große Vorteil, dass die schon sehr früh gut untersucht wurde und sehr früh bereits Anbauversuche unternommen wurden und man rechtzeitig resistente Herkünfte raussuchen konnte, sodass die Douglasie bisher ja immer noch eine relativ hohe Resistenz gegen verschiedenste Pathogene hat. Relativ hoch. Nicht immun und nicht unsterblich, aber doch immer noch relativ hoch. Und da die Douglasienwuchsleistung auch noch mal mindestens genauso gut ist wie die der Riesentanne, muss man sich jetzt schon wirklich überlegen, ob man das Risiko des hohen Befallsdrucks durch biotische Schäden bei der Riesentanne in Kauf nehmen möchte, wenn man für das gleiche Geld in Anführungszeichen auch Douglasie haben kann, bei der dieses Risiko eben geringer ausfällt. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil großer weiterer Vorteil, um jetzt hier mal wieder von den Nachteilen ein bisschen wegzukommen. Die Riesentanne ist eben unserer heimischen Tanne biologisch so ähnlich, dass man auch vermuten dürfte, dass tannenspezialisierte Arten, die bei uns bereits heimisch sind, also schon immer da waren, auch mit der Riesentanne nach und nach klarkommen würden. Also nicht nur die schlechten Arten, die das Ding gleich umbringen, sondern auch die Nützlinge, die einfach ein bisschen was von ihr fressen und trotzdem für eine hohe Biodiversität im Wald sorgen und teilweise vielleicht dem Baum auch sogar ganz gut tun könnten. Wie beispielsweise ein paar Ameisen, die drauf rumkraxeln, um da dann irgendwelche Blattläuse zu kultivieren, beispielsweise. Falls es das da jetzt in diesem Zusammenhang gerade gibt. Ja, das macht das Ganze insgesamt so ein bisschen durchwachsen. Großartiges Wachstumspotenzial, wirklich toll, hervorragendes Holz für Bauanwendungen essentiell, irgend so ein Holz werden wir brauchen. Ob es das sein muss, naja, wäre halt das schnellstwachsendste dieser Hölzer. Und so gesehen, großes, großes wirtschaftliches Potenzial, riesiges, riesiges Risiko, was eben Baumkrankheiten und ähnliches angeht. Ich habe es schon angedeutet, wie kann man das lösen, man schneidet den Baum früh genug um. Einfach bevor er krank werden kann, die jüngere Baum ist immer resistenter als alterer Baum und nutzt dann halt nicht die ganz, ganz dicken Stämme, dafür aber die dünnen mit einer ziemlichen Ausfallsicherheit. So wäre jetzt die mögliche Vorgehensweise. Übrigens ist das Ding auch feueranfällig, sollte es mal brennen, dann brennt sie mit. Das nur noch mal am Rande angemerkt. Ja, und ich glaube, damit haben wir die wesentlichen Eigenschaften unserer schönen Riesentanne zusammengefasst und ich habe ja schon wieder über Länge, meine Güte, da guckt man mal nicht auf die Zeit. Dann ist es ja gut, weil dann kann man an der Stelle ja auch schon wieder Tschüss sagen und bis morgen. Macht's gut. Dann auch hoffentlich wieder irgendwas, naja, die Abwechslung macht's. Dass ich hin und wieder mal so einen Beitrag bringe, ist denke ich auch in Ordnung. Da werden auch noch ein paar Folgen im Laufe des Adventskalenders. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.